Hallo liebe Freunde, willkommen zurück bei Sazikyuu. Wir wollen weitermachen, ein bisschen vorankommen. Ein paar Sternchen sammeln, ne? Vielleicht schaffen wir heute mal... Die Flut kommt, schaffen wir. Wir werden mal sehen, wie weit wir kommen. Zehn Sterne braucht man da, okay. Gut, springen wir mal rein, ne? Okay, auf geht's, dramatische Musik. Oh, da wäre ich was runtergefallen. Okay, die Flut kommt, so, das heißt... Hier müssen wir uns beeilen. Okay. Was ist hier? Oh, 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 oh. Okay, ein Stern, sauber. Oha. Okay, ist auch so eine typische Mario-Mission, würde ich sagen. Oh, 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 oh. Oh, mein Stern. Nee. Ja, okay, was das bringt, ich kann's euch tatsächlich nicht sagen, diese Mütze. So, hier hoch, hier hoch, hier. Hier. Na, komm, 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 komm. Okay, sauber. Okay, wir müssen da hoch. Ich hab's mir fast gedacht. Hop, 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 hop. Okay, sauber. Pro-Gamer am Start. Zwei Sterne. Können wir überspringen. Wir wollen uns beeilen. Oh, das war knapp. Das war auch knapp. Eins, zwei, drei, vier, fünf. Jo. Sauber, hier eben rüber. Nein, wie dämlich. Wie dämlich. Shit. Da war ich ein bisschen zu schnell gewesen. Aber easy going. Das kriegen wir hin. Okay, zwei Sterne haben wir immer noch. Okay, Checkpoint ist relativ gut gesetzt für uns. So, da holen wir uns den dritten. So. Müssen wir jetzt warten, bis das wiederkommt. Kommt das wieder? Ja. Okay. Alles klar. Hoch, 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 hoch. Jawoll. Easy going, Brody. Und jetzt? Oha. Oh, was ist jetzt? Okay. Äh. Äh. Wir müssen hier auf den Kopf springen. Da hat er so ein Pflaster oder sowas. Na komm. Okay. Easy. Hehe. Geil gemacht. Nee, doch nicht? Doch. Oha. Okay, jetzt macht er einen Special Angriff. Äh. Wir tun. Spring. Alles klar. Mehr nicht. Na komm doch. Komm doch. Ausfindig, ne? Oha. Uh. Ja. Komm mal runter mit deinem Kopf. Äh. Äh. Sehr easy. Also noch sehr easy. Ich meine, das ist der erste Endgegner, den wir haben. Na komm. Uh. Okay. Gleich kommt wieder die Welle. Lustig gemacht. Rüber. Okay, seine Spuckattacken. Die sind tatsächlich ein bisschen... Naja, obwohl es geht. Die waren jetzt sehr bad. Na komm. Was macht er jetzt? Okay. Ich kann mir vorstellen, später im Spiel werden die noch schwieriger, die Bossen. Also, das heißt vorstellen, bis wir zu kommen. La. Ja, da brauchen wir uns gar nicht anstrengen. Wir warten. Wir campen ab. Und zack. Ja. Okay. Zack. Geil. Tschüssi. Alles klar. Level geschafft. Mega gut. Was ist jetzt? Es geht weiter? Okay. Okay, noch mehr Zeit. Ein bisschen Geld. Und rein dann. Zack. Gute Mucke. Drei Sterne. Sauber. Mega gut. Ich dachte, der kuschelt mit dem. Ja, nice. Lustig. Echt lustig gemacht. So. Äh, was? Später erinnern. Leute. Okay. Ach, das ist jetzt ein Video. Oder was? Was? Was kann ich mir jetzt darunter? Ah, okay. Wir gucken mal rein. Ich... Ist das jetzt der Kampf? Okay. Ach, nur das Video. Ah, ja, gut. Dann wollen wir das hier doch mal freispielen. Das ist wohl die erste Special-Mission. Dann kommt nämlich Welt 2. Alles klar. Dann würde ich sagen, springen wir da mal rein, ne? So. Wir können auch wieder drei Sterne sammeln. Okay. Easy. Mario-Style. Locker. Ah, what the... Ach so. Okay. Fällt man runter, ist man fertig, sozusagen. Okay, okay, okay. Gut, gut, gut. Das kriegen wir hin. Ja, ist gut. Können wir es nochmal machen? Ja. Jetzt werden wir jetzt jeden Stern nochmal einsammeln. Wir gucken mal. So. Ist auch relativ schnell, muss ich sagen. Wir müssen jeden Stern nochmal... Ne, den haben wir schon. Ah, shit. Was passiert, wenn wir nochmal... Ne, geht nicht. Okay. Dann können wir den einen Stern ja ignorieren. Und zum nächsten. Ja, komm schon. Ja, ist doch Judy. So. Ab geht's. Dann brauchen wir vielleicht ein oder zwei Versuche mehr, aber es war auch egal. Okay. Ich weiß jetzt nicht, warum diese Wand da war. Okay, okay, okay. Oh, ist ein bisschen verwirrend. Oh, 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 oh. Das war knapp. Zack. Okay, wir haben einen Stern verpasst, aber egal. Wir können es jetzt ja nicht noch 3000 Mal spielen. Sauber, Glückwunsch, Dankeschön. Die, die, die. Die Mocke ist geil. Dann würde ich sagen, fahren wir doch direkt bei... Äh, in der Welt 2 an, oder? Ja, damit. Pyramidenplünderer. Okay. Okay. Geht nice aus. Erstmal in Ruhe gucken. Hier ist ein Stein. Das checke ich halt immer noch nicht. Was man damit machen kann, was hier. Okay, hier ist nichts. So, wie es aussieht. Okay. So, dann mal rein da, ne? Auch wie Mario, ne? Wie bei auf dem N64. Okay, diesmal von oben. Okay, krass. Ich gebe sicherlich Mühe. Nochmal. Können wir hier noch irgendwas machen? Nee. Ja, okay. Das war doof. Okay. 1, 2 Mumien. Was ist das? Ich komme wieder. Okay, na gut. Dann gehen wir weiter. So, was haben wir hier Tolles? Okay. Okay, okay. Ah, okay. Manchmal gibt es was, manchmal nicht. Mhm. Wir gehen mal links weiter, weil das sieht unscheinbarer aus. Okay, da springen wir auf einmal so übelst. Hätte ja nicht da einfach mal eben kurz das Feuern machen können, Mann. Ja, da muss man ja echt punktgenau weg springen, ne? Okay, wir fangen wieder von vorne an. Sollen wir den Stein hier irgendwie mitnehmen, oder? Ja, weiß ich auch nicht. So, okay. Brauchen wir nicht. Weiter. Da oben war noch eine Mütze, die würde ich mir jetzt mal aufsparen. Tatsächlich. Ja, genau. Trotzdem reinspringen. Und dann holen wir doch mal ihn hier. Den können wir so. Ja. Obwohl, den können wir doch so holen. Guck mal. Gut. Jetzt ihn hier. Sauber. Es gibt nur ein Leben. Es gibt nur ein Leben. Geh doch vorbei. Meine. Okay. Ein Rätsel. Ähm. Hier. So. Es geht... Okay, dann den hier. Also. Hier geht's dann nur rechts an. Hier. Ja. Oh, alles klar. Easy. Okay. Sehr schön. Noch ein bisschen Kohle. Warum ist die Wand hier anders? Warum ist hier schon wieder so ein Stein? Okay. Gibt's ja, glaube ich, nur eine Münze. So, den Stern haben wir. Boah, nice gemacht. Alter, das ist ein richtiges Dungeon. Okay. Ah, okay. Eine Flamme ist an. Sauber. Okay. Krass gemacht. Krass gemacht. Ah, Checkpoint haben wir geholt. Okay. Dann gehen wir rechts rüber. Oha. Ja, kommt ein bisschen Feuer. Oh, ich muss da hoch. Ja, Leute. Wie soll das denn gehen? Jetzt. Okay. So, wieder ein Rätseln. Sechs Feuer. Drei. Wir nehmen mal die Mitte. Und dann den. Zauber. Ich hab keine Ahnung, Leute. Okay. Okay. Okay, okay, okay. Easy. Easy. Was gehen wir hin? Wir gehen erstmal hier hinten hin, würde ich sagen. Weil das war ja schon auf. Das kriegen wir da. Okay, die nächste Flamme. Tür geht auf. Nee? Okay. Und raus. Easy. Jawohl. Was ist geil gemacht? Oh, fast ins Feuer gesprungen. Ist ja krass. Das erinnert jetzt durch die Dungeons so ein bisschen tatsächlich an Zelda. Ich weiß auch nicht. Krass. Krass gemacht. So. Mal eben abwarten. Na ja, da kommt wieder der Speedrunner hier raus. Hauptsache schnell rüber. Keine Zeit verschwenden. So. Okay, einer muss. Okay, 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 okay. Jawohl. Ist ja krass. Ist ja krass. Nice. So, wir haben drei Sterne gesammelt. Boah, richtig langes Level auch. So, natürlich in einem Versuch rüber. So. Hier ist wieder so ein Stein. Ein bisschen Money. Und hier auch. Okay. Die Hälfte ist runtergefallen. Oha. Krass gemacht. Krass. Ja, Leute. Ich bin positiv überrascht gerade. Über die zweite Welt. Das ist ja krass gemacht. Hauen wir einfach nochmal einen raus. Alter. Nochmal einen draufsetzen. Ja, sehr schön. Elf leben. Kann sich sehen lassen. Ich würde sagen, in der nächsten Folge geht es dann weiter. mit dem nächsten Level. Wir können es schon mal freischalten. Und es ist, es geht rund. Oh Gott, nein. Das hört sich schon mal nicht so gut an. Naja. Danke fürs Zuschauen, Freunde. Und wir sehen uns in der nächsten Folge morgen. Haut rein. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.